Hi Leute, das wird heute ein ganz kurzes Video. Ich pack da nicht mal ein Intro davor. Ich wollte euch nur auf dem Laufenden halten. Die italienischen Spitzdachwagen, die sind wieder von Schnellenkamp zurück. Ich hatte ja die letztes Mal vorgestellt und zwei Stück von denen hatten ja so eine Bremserachse. Das ist die, die Wagen ganz schön schnell hat wieder stehen lassen. Und er meinte, schicken sie mal her, ich schaue es mir an. Und er hat was gefunden. Die Achslagerrollchen waren zu weit eingedrückt. Er hat es ein Stückchen rausgezogen und die Räder wieder eingesetzt. Und jetzt rollen sie deutlich besser. Da wollen wir doch mal schauen, wie es rollt, oder? Testwagen Nummer 1. Ja, das sieht gut aus. Und Wagen Nummer 2. Yeah. Kann man nicht meckern. Jetzt hat es die Wagen zusammengehängt. Da probieren wir uns doch gleich nochmal im Verbund. Und rollt und rollt und rollt. Super. So, das wollte ich euch zeigen. Sie rollen und rollen und rollen. Ich bin zufrieden und es hat sich also gelohnt, die nochmal einzuschicken. Dann sage ich mal vielen Dank, Herr Schnellenkamp. So, damit sind wir am Ende dieses kleinen Filmchens angekommen. Habt eine schöne Zeit. Wir sehen uns demnächst beim Drehscheibenbau. Ich freue mich schon. Bis dahin. Gehabt euch wohl. Ciao.